Und jetzt meinte ich, die beiden müssen um mich kämpfen, aber die sind ja keine wahre Männer. Ich bin raus, Bruder, bitte. Lieber kämpf ich um mein Nabil, Bruder. Mein Bruder, Nabil, Nabil, nimm da bitte. Mach nicht Fitness gegen dich selber, Alter. Aber warte mal, stimmt was an der Behauptung? Nein. Hä? Oder, du weißt nicht. Du weißt nicht, oder. Das ist nicht. Ich spreche eine gewisse Wahrheit aus. Er weiß nicht. Weil, ich will nicht sagen ins Detail, warum ich weiß. Guck mal, Medi, schreib mir gerade. Nimka. Ja. Warum hast du so abwertend nie gesagt? Willst du sagen, das ist hässlich oder was? Nein. Guck mal, Medi, schreib mir gerade. Medi hat mir gerade geschrieben. Er sagt, hör auf. Du hast dir geschrieben, du Kek. Er hat mir gerade geschrieben. Er sagt, hör auf. Sag nicht das weiter, was ich dir gesagt habe. Zeig mal Screenshots von Medi. Scheiße, scheiße. Sonst kriege ich Anzeige. Der hat mich schon mal meinen Fuß angezeigt. Ich habe Angst. Aber Nimka, ich meine das ernst. Ich mache keinen Schiff, keinen Spaß, ne? Okay. Du denkst, ich mache Spaß. Ey, warum flexst ihr alle damit, dass ihr was nicht mehr hattet? Ehrlich jetzt. Was? Das ist so was Tolles. Hört auf, damit zu flexen. Von sowas distanziere ich mich, bitte. Nicht jeder aus Liebe. Ich sage nur das, was Medi gesagt hat. Siehst du, ihr habt euch getroffen schon und so. Weiß ich mal, da ist eine Geschichte. Der hat mich einmal eine Sekunde gesehen. Ey, und dann sagt er direkt sowas? Ja. Weißt du, wie der uns angerufen hat mit den Nukes? Ey, ihr wisst nicht, Jungs. Der macht direkt dicke Runde. Ich krieg das nicht, Wallah. Der Junge trägt Perücke und macht was. Wer jetzt? Leon oder Igli? Barello trägt Perücke. Barello, sagt er. Ey, Junge. Aus welcher Ecke ist Barello jetzt hier reingekommen? Er will Barello jetzt reinziehen. Bist du einfach nicht auf ihn, Medi? Ich gönne dir das alles. Viel Spaß. Ich bin okay, wenn ich nicht versichere. Okay. Also ganz ehrlich, das hätte ich nicht... Hätt die Karte jetzt auf einmal aufs Ohr gemacht? Ja, das hätte ich nicht von dir an. Lass es mal wieder an. Warum bist du rausgegangen? Weil dieser oben, dieser Klotzkopf... Ey, ey, Junge. Hör auf, Geschichten zu erzählen. Hör auf, Geschichten. Sag doch einmal die beiden. Aber egal, Linker. Ich halt mich. Ich distanzier mich. Ich bin raus. Macht, was ihr wollt. Macht weiter. Ist mir egal. Oder danke dir. Nochmal. Ist ja alles gut. Kann ich dir mal kurz schrubben, die Mittel? Was? Was meinst du? Kann ich dir mal kurz schrubben? Was schrubben? Kann ich mal kurz scheuern da? Was? Nein, ich schreibe mir gerade was auf. Das ist mir ins Auge. Tropfen tut. Kann man sich mal da draufsetzen? Wieso? Das ist keine Flasche. Ja, das ist eine kleine Stummel. Äh, äh, Messchen. Ja? Ich wollte nur nochmal Entschuldigung sagen. Vor vorn. Ich... Musste, du weißt. Hey, ich sag mal so. Ein Hoch auf den Fährenkampf. Ja. Ey, Messchen. 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 Kennst du mir die? Kennst du mir die? Den Glatzkopf der Hände damit. Ja, der war genauso dabei. Genau. Ja. Ähm, der meinte, der hat was mit dir. Der kennt dein wahres Gesicht. Hä? Das ist ja ein Sprung, Digga. Hat er dir etwa nicht verraten, dass er eigentlich... Ganz ehrlich, feier ich. Ich feier es. Er kennt es nicht. Er kennt es nicht. Ich würde voll mit euch achten. Und ich glaube, er wäre sogar der letzte Mensch, dem ich jetzt zeigen würde. Ehrlich jetzt? Ja, nach der Aktion auf jeden Fall. Findest du den hässlich? Wieso? Das hat nichts damit zu tun. Hat er doch keine Tatsachen, Leon. Ach, gehst du auf Coins dann? Wegen Materiellen? Hä? Was redest du da, Alter? Du heißt Leon. Ich war nur nicht Barello. Entspann dich. Hallo. Hopeln ist eher unerlaubt. Meskel, und sonst? Sag mal, was ist das da oben eigentlich in deiner Ecke? Hast du da hingesaut? Da hat mich mal so ein Typ besucht, wo ich ihn verloren habe. Okay, ist das Tomatensauce oder ist das die Erdbeerwoche von irgendeinem? Guck mal, da steht sogar Top-Supporter-Name, Heike und so weiter. Da hat tausend Teller auf dem Boden. Ja, okay, aber was ist denn, was ist das da, was ist dieses rote Zeugs da? Oder braun? Tomate, Tomate. Ah, okay. Wow, okay. Scheiße, Alter. Krass, wer macht das sauber? Ja, das stimmt, Digga. Wer macht das sauber, war die Frage. Ach so, ich. Leider. Was soll ich machen? Scheiße. Du kannst vorbeikommen, ich schicke dir ein Universum. Mach das sauber, ich schicke ein Universum. Wie lange muss ich denn fliegen, um bei dir zu sein? Halbe Stunde. Niemals. Das dauert doch keine halbe Stunde. Ey, Meskel, wo bist du jetzt gerade? Du bist auch wieder in der Rangliste am Kämpfen, ne? Ja, ich bin auf der 43. Du? Ich bin immer wieder rausgeflogen worden aus der Rangliste. Nein. Ja, immer wieder sonntags, kennst du doch. Ich hab hier, ich hab hier ein bisschen Medizin für dich. Das klappt immer. Das klappt bei jedem, glaub ich. Zeig mal. Oh, das Haar. Oh mein Gott, Meskel hat Armhaare, Digga. Ja. Oh, das Ringel. Okay, krass, die muss ganz lang. Danke, Mann. Ich, äh. Ich würde gerne, aber ich... Zeig mal so, kann man irgendwelche Muttermale von dir sehen, wo man dich auf Bildern wiedererkennen tut und so? Zeig mal, mach mal so. Äh, das war so gut abzulenken. Ich würde es selber machen, aber ich hab leider keinen Mund, weißt du? Achso, soll ich den Mund nehmen? Ja, das ist... Das ist jetzt nicht gegen dich, das ist allgemein. Das ist die Medizin hier. Herr Liedersitz, ich draufkomme. Nein, du hast keine Wurst. Ich hab The Bottle. Spring Bottle. Ey, hast du eigentlich mein YouTube-Video gesehen? Nein, du hast... Ach, mit Weihnachtsbäckerei? Nein. Mit was? Jetzt Neues. Ich war Samstag noch auf dieser Boxveranstaltung. Laber, kein Scheiß, Jünger. Wann machst du YouTube-Videos? Ich weiß nur, dass...